Hallo und herzlich willkommen bei Seenluft24, der Tag mit den Nachrichten vom 22. Juli. Die finale Freigabe für das DTM-Rennen an diesem Wochenende auf dem Lausitzring ist durch den Automobil-Weltverband FIA erfolgt. Die Sachverständigen Organisation DEKRA, in deren Besitz sich die Anlage seit 2017 befindet, hat die Vorbereitungen abgeschlossen. Nach dem Auftakt in Monza ist der Lausitzring zwischen Berlin und Dresden gelegen, die zweite Station der DTM 2021 und die erste in Deutschland. Beide Rennen am Samstag und Sonntag werden in Deutschland auf Sat.1 und weltweit in über 60 Ländern live übertragen. Die Sanierung des Bahnhof Lauchhammer führt für einige Fahrgäste zu einer deutlichen Verschlechterung. Jetzt steht sie, die Personenbrücke über die Bahngleise am Bahnhof Lauchhammer West. Leider nur nicht behindertengerecht. Die Stadt Lauchhammer wies bereits 2019 die Deutsche Bahn darauf hin, dass aufgrund der Gegebenheiten eine behindertengerechte Ausstattung dringend notwendig ist. Denn um von einem zum anderen Bahnsteig zu gelangen, muss man nun eine Strecke von 1,5 Kilometer Länge zurücklegen. Für einen Rollstuhlfahrer schier unmöglich. Die Begründung der Deutschen Bahn, die Fahrgastzahlen sind zu niedrig, um eine barrierefreie Ausstattung zu rechtfertigen. Es stellt sich die Frage, ob es heute überhaupt noch zeitgemäß und angemessen ist, solche Entscheidungen von Fahrgastzahlen abhängig zu machen. Eine Unterschriftenaktion für eine barrierefreie Nachrüstung ist bereits in Vorbereitung. Die Handwerkskammer Cottbus ehrt einmal im Jahr langjährige Handwerksmeisterinnen und Handwerksmeister mit dem goldenen Meisterbrief für 50 Jahre oder dem diamanten Meisterbrief für 60 Jahre. Da die feierliche Übergabe der Ehrenurkunden 2020 aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnte, sind in diesem Jahr zwei Veranstaltungstermine geplant. Eingeladen sind 166 Handwerksmeister aus 45 Berufen, wobei das Friseur-, Maler- und Tischlerhandwerk besonders stark vertreten sind. Der SV Glück auf Kleinleipisch e.V. lädt vom 27. Juli bis zum 1. August nach Lauchhammer. Im beschaulichen Ortsteil Kleinleipisch findet dann die 52. Sportwoche statt. Dabei wird sie in erster Linie wieder ihrem Namen gerecht. Mehrere sportliche Programmpunkte sind geplant, darunter auch einige zum Mitmachen. Die Anmeldephase läuft bereits. Ein kulturelles Rahmenprogramm flankiert die Bewegungsspiele. Mehr zum Programm und Anmeldung ist auf der Homepage kleinleipisch.de zu erfahren. Und nun weitere Meldungen in den Kurznachrichten. Im Rahmen der grundhaften Sanierung ist der Bahnhof in Lauchhammer-West in der Zeit vom 26. Juli bis zum 16. August 2021 nur vom Kutteweg aus zu erreichen. Für die Startlinien A und B wird im Kutteweg eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Die Haltestelle Bahnhof wird in diesem Zeitraum nicht bedient. KWG Senfberg unterstützt Pro Ars Lausitz. Im Rahmen der Initiative Kommunikation und Nachbarschaft unterstützt das Unternehmen verschiedene kulturelle und künstlerische Projekte bzw. Vereine. Seit mittlerweile acht Jahren ist man Mitglied im Verein Pro Ars Lausitz e.V., dessen Mittelpunkt des Handelns die Förderung der Kunst und Kultur sowie der Bildung und Erziehung ist. Mit dem Start des neuen Schuljahres 2021-2022 gelten auch ab Sonntag dem 08.08.2021 neue Fahrpläne im Landkreis Oberspriewert-Lausitz. In diesem Zusammenhang werden ab dem 26.07. alle entsprechenden Aushang-Fahrpläne an den Haltestellen aktualisiert. Fahrplanhefte können ab sofort bei der VG OSL für 1 Euro erworben werden. Die Überbrückungshilfe 3 für von der Corona-Pandemie betroffene Unternehmen wird um drei Monate verlängert. Über die bisherige Regelung hinaus können antragsberechtigte Unternehmen mit der Überbrückungshilfe 3 plus nun auch Personalkosten die sogenannte Restart-Prämie für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abrechnen, die aus der Kurzarbeit zurückgeholt oder neu eingestellt werden. Förderzeitraum für die vierte Phase ist Juli bis September 2021. Antragsberechtigt sind Unternehmen, Solo-Selbstständige und Freiberufler aus allen Branchen sowie größere Unternehmen mit bis zu 750 Millionen Euro jährlichem Umsatz. Und jetzt zu den Polizeimeldungen. Am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr kollidierten ein Pkw bei Schwarzbach, ein Kleintransporter gegen 21.30 Uhr auf einer Landstraße bei Karlau und am Donnerstagmorgen gegen 5 Uhr ein Pkw bei Dolinchen mit Rehen. Die Autos blieben mit Schäden zwischen rund 1.000 und 2.000 Euro weiterhin fahrtüchtig. Um die verendeten Tiere kümmerte sich der jeweils zuständige Jagdpächter. Nach einem Bürgerhinweis konnte das vermisste 13-jährige Mädchen aus Lauchammer am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr gesund am Senftenberger Bahnhof angetroffen werden. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung der Bevölkerung. Das waren die Nachrichten und nun werfen wir noch einen Blick auf das Wetter. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Senftenberg, Ihrem Partner für Gas, Strom und Fernwärme. Am Freitag ist es von morgens bis zum Nachmittag überwiegend dicht bewölkt und die Temperaturen liegen zwischen 16 und 25 Grad. Abends gibt es keine Wolken bei Werten von 20 bis 24 Grad. In der Nacht ist es locker bewölkt bei Tiefstwerten von 16 Grad. Samstags gibt es tagsüber überwiegend blauen Himmel. Mit vereinzelten Wolken bei Temperaturen von 16 bis 29 Grad. In der Nacht gibt es nur selten Lücken, in der Wolkendecke bei Tiefstwerten von 17 Grad. Und am Sonntag ist es morgens locker bewölkt bei Werten von 18 Grad. Später zeigt sich die Sonne nur vereinzelt bei sonst wolkigem Himmel und die Temperatur steigt auf 29 Grad. Abends ist es dann bedeckt bei 18 Grad. Untertitelung des ZDF für funk, 2017